Hallo, ich habe gewünscht zweimal Kaffee. Werden Sie ihm senden noch dieses Jahr? Okay, und dann bitte Sie müssen mir bestellen eine Schlafwaage nach Paris. Thanks. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich will doch lieber nicht. Ich denke, man Ihnen kein Meeting für alles? Ja, schon, sozusagen. Dann, Sie sind verrückt. Sie lieber wollen schlagen Päppische als schlagen Sahne und Eierweiß? Na, das nicht natürlich, aber das ist doch ein Betrug. Na, und nächstes Betrug. Ob man lernt Kochen Ihnen oder Opel, lernt es mir. Kann sein, ganz egal für Leute, wenn sie ihr Geld zu vollkriegen von Daddy. Na gut, aber dann ist doch ein Schwindel, der dem Vater gegenüber. Na, das tut ihm gut. Er macht auch Schmengel mit mir. Ich soll hierher fahren wegen deutsches Kochen. Aber in Wirklichkeit, das heißt nur wegen Billy. Billy? Billy ist ein Freund, mit ihm habe ich eine Verliebung. Aber Daddy tut ihm nicht wollen, ich verstehe. Ach so, und jetzt tue ich ihm wollen gerade. Er soll kommen zu mir nach Paris. Ah, ich verstehe. Auf dieser Hotelschule soll es sehr streng sein. Was? Sure, man muss ja auch wohnen dort in die Nacht. Aber natürlich ist es schwer, den Bezahler dafür auch das Schlafen dort. Was? Sie wollen bezahlen alle 24 Stunden? Natürlich. Hey, Mensch. Das ist doch 51 mal 24 mal 24 mal 7. Davon kann ich doch über ein ganzes Jahr studieren. Na, aber wenn die ganze Sache rauskommt, mein Englisch ist nicht glänzend. Nichts rauskommt, Sie nicht brauchen viel Englisch. Leute wissen, dass meine Eltern sind gewesen Deutsche. Ja, ja, aber mein Akzent ist doch ganz anderes. Ich komme nämlich aus Jugoslawien. Ganz egal, wenn Sie nur sprechen, überhaupt etwas zerbrochen. Aber ist ja auch nicht sehr amerikanisch aus. Why not? Und Sie spielen ganz verrückt, legen Beine auf die Schkau und Kaugummi. Jeder wird glauben, dass Sie kommen aus Amerika. Hier, Sie haben Original Bubblegum. Natürlich, Sie kriegen auch Sachen von mir. Look here. Nehmen Sie das. Und das, und das, was Sie wollen. Ich kaufe neu in Paris. Wirklich? Sehen Sie? Alles passt toll. Das ist ja auch enorm. Sagen Sie mal, welche soll ich nehmen? Alle zwei. Und das? Und das? Und die Koffer da? Fantastisch. Und wenn alles geht okay, you can keep that on. Ach, behalten? Wir machen Spaß. No, ich meine, was ich sage. Hier, ich habe geschrieben Postcards für die ganze Zeit. Alle drei Tage, Sie müssen schicken eine ab. Okay. Ich fahre.